äh ja hallo mein YouTuber weißt du was ich gefunden habe? eine Machete ja tut mir leid dass letztes mal die Folge nicht ausgegangen ist ich habe aus irgendeinem Grund versehentlich auf englische Tastatur geschaltet und deswegen hat das nicht was ist besser Axt oder Machete? Axt ok dann mach ich mal eben die Axt ja ich hatte aus der Seine auf englische Tastatur geschaltet und dadurch ging es eben nicht ja der Dave wieder ja kennt ihr ja Alter und die Zombie-Jagd geht weiter komm her jawoll entgeil Junge da kommt die ganze Nachricht weißt du Borussen-Fan der spielt du hast der spielt Daisy ne? ja also weißt du der Borussen-Fan der spielt jetzt gerade Daisy würde es dich interessieren wenn der Borussen-Fan jetzt Daisy spielt da läuft glaube ich ein Zombie da läuft ein Zombie hinter die Herr ach der ist tot hab den gerade über die Straße flitzen gesehen ich sah wie hier ein Schraubenzieher da geht auf da geht auf na geht auf na geht auf na geht auf wie sich das anhört so die ganze Zeit na geh auf na geh auf na geh auf na 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 Jungen Ich erschreck mich immer noch nicht, weil du das wissen wolltest Ey, waren wir in dieser Feuerwache da schon? War das die? Das ist keine Feuerwache, das ist was anderes Dann ist das eine Schule Geh da mal rein, ich bin immer in die letzte reingegeben und hab die ganzen Knarre gefunden Warte, warte, ich komm einfach mal mit Nö, du bleibst draußen Jungen Das mag ich grün Dann bleibst du echt draußen, so kriegen wir mehr Abrillgras in dieser Stadt Bleib draußen Oh, hier liegt noch eine Banane, oh ne, da geht's nicht so gut und das ist auch verrottet Nein, ich nehme die andere Seite Ah, das ist ein Hospital Gut, dann nehme ich die linke Seite und du die rechte Ich hab schon wieder Antibiotika gefunden Nice Jo Nimm alles an Medikamenten mit Vitamin Bottle Habe ich gefunden Sauber, die ich auch gerade eben, die habe ich jetzt nur aufgegessen Was ist das denn? Ah, diese Water Purification Teiler Und was ist das? Platz Platz Ich hab ein Platz Test Ich hab ein Platz Test Platz, ich weiß, mach ich gerade Ich bin A Plus Platz Okay, merke dir Dauert ist übrigens noch ein Brunnen Wenn du auch so ein Blatt Test Kit findest, dann musst du das auch testen Dauert ist übrigens noch ein Brunnen Jo Jo Ich glaub aber ich bin immer noch Hydrated Ich nicht mehr, das heißt ich geh mal trinken Ah ne, ich bin jetzt auch nicht mehr Hydrated Ich komm dann auch gleich ein paar Oh, ein bisschen Platz in einem Inventar zu schaffen, kipp ich mir jetzt einfach mal das Bright weg Oder ein Bier Okay, also ich bin A Plus Jetzt bräuchten wir nur noch so ein Blatt Test Kit für dich Dann werden wir dann auch blöden Alter, das wäre ja echt geil, wenn du auch A Plus wärst Ja Dann könnten wir uns immer gegenseitig helfen Mal sehen, ne, der ist auch verrottet Und da ist auch noch nichts Und da ist die Kiwi Ah, ne Auch verrottet Okay, da bist du Lass uns wieder zurückgehen in die richtige Stadt Jo Sagen wir, wenn wir irgendwie so weit weg sind voneinander, dass wir uns auch auf der Hauptstraße nicht treffen Sagen wir dann, dass wir uns hier an dem Hospital Jetzt erstmal hier so einen richtig gestellten Screenshot machen Sauber Ja, lass machen, dass wir uns dann hier an dem Hospital treffen Ja Klar, da sieht mich die ganze Zeit nicht So, ich esse jetzt noch was Ich hab nämlich echt Hunger Ey Ich hab immer noch Hunger Oh, gleich noch eine Runde Starboard, Alter Ja Ich hab immer noch Ja, Mann, mega Mach die Tür auf, du Spasti Geht doch Ja, stimmt, ich habe ja noch gebackene Bohnen Die mach ich auch mal auf So, dann esse ich noch den Rest Ich hab zwar grad nicht wirklich ne Ahnung, wo ich bin, aber egal Ah, sauber, jetzt hab ich keinen Hunger mehr Ich bin jedenfalls wieder in der Nähe von den Hochhäusern, von den Großen Ich bin jedenfalls wieder in der Nähe von den Hochhäusern, von den Großen Ich bin jedenfalls wieder in der Nähe von den Hochhäusern, von den Großen Ja Dann komm zurück, ich geh mal in die Kirsche Hast du gehört? Ja Sag das doch Oh Ciao Ah, ich bin wieder am Ortseingang Ah, okay Mehr oder weniger Na, ich geh vor der Kirsche nochmal in dieses Große Gebäude hier rein Das heißt, wir gehen jetzt diesen Weg da hoch, wo ich meine, da geht's Richtung Erfield Folge ich noch eh kurz in die Häuser hier, bis du mal da bist Ey, Junge, zum Wieder-Zombie Am Arsch Was ist das hier? Ah, noch eine Pipsi Scheiße, er hat mich erwischt So, jetzt ist er dauernd gewesen Lack in das Häuschen Ich trinke jetzt mal die Pipsi Oh, da ist mir regt's auf, dass der so langsam Treppen hochgeht, ne? Jaja Okay, wo soll ich hinkommen? Wie der Mörder weniger zum Ortseingang Da wo du von, da wo du von Weitem diese große Fabrik schon wieder siehst, da ist das Ich bin bei der Fabrik Bist du nicht? Also vor der Fabrik Wart mal Was ist denn in deiner Nähe? Äh, ich kann schon wieder die ganz großen Hochhäuser überall sehen Ja, also ich bin jetzt beim eingestürzten Haus Ich will hier vorher aber nämlich nochmal in die Kirsche reingehen Ah, Junge, schon wieder ein Zombie Wie viele Zombies sind hier in dieser Scheißstadt? Oh, Junge, wie geil das hier aussieht Und man kann natürlich hier nicht rein Das ist ein Ratshaus Okay, also vom kaputten Haus Wo soll ich hingehen? Das kaputte Haus sehe ich nicht mal Doch Da hinten Lauf mal Richtung da, wo du diese großen Tänke siehst, oder was? Das ist diese Fabrik Jaja, okay Lauf dort mal die Straße entlang Ah, ich glaube, ich weiß, wo du bist, ich laufe da jetzt hin Warte, ich glaube, ich versuche dir mal gegenzulaufen Nein, 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 bleib da, bleib an irgendeinem Eingang von denen Komm mal zu diesem Schornstein hin, siehst du den? Äh, ich sehe diese Tanks Hier sind viele Schornsteine Lauf einfach die Hauptstraße entlang Von dem Haus aus Ich bin jetzt hier auf der Hauptstraße Von der, neben der Fabrik irgendwo Siehst du die Feuerwache? Ne, komm mal zum kaputten Haus Lauf mal zum kaputten Haus Junge, jetzt bin ich schon wieder zurück Nein, Junge, du musst vom kaputten Haus daneben die Hauptstraße nehmen Ja, Junge, ich laufe jetzt zum kaputten Haus Ja, warte, ich komme da hin gelaufen Junge, wieder am stöhnen ist Ich war jetzt hier beim kaputten Haus, damit ich auch ein bisschen Puste sammeln kann Puste sammeln kann Mit Zwischerrichtung vom kaputten Haus kommst du Ja Junge, du hast gerade in meine Richtung geguckt Dreh dich einmal um Hier Ah Okay, warte, ich packe die Axt weg Warte dann kurz, ich komme Jetzt guck, 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 Assassin's-Style, Assassin's-Style Komm Junge, wie wir auch rumlaufen, so voll Betas mit so allen Sachen Okay Stell dich mal da hin Wohin? Ja, bleib da so stehen, jetzt sind wir da eine Knarre oder so, oder die Fäuste So ein Schuss genau in den Helm rein, das wär's Okay Warte, warte, ich leg dich zurück Alter, du bist wahrscheinlich das ist das Zombie, den ich kenne Da kommt die Zombie, ne Junge Wow, ich bin tot Toll, scheiße, ich hab dich getötet Toll Junge Hast du irgendwie Defi, hast du ein Defi? Ja, ich hab ein Defi, ich versuch den anzuwenden, warte Mach, mach, mach Junge Fuck, Alter, du bist mir genau zwischen den Zombie gelaufen Fuck Scheiße Warte, ich versuch ein paar Sachen von dir mitzunehmen Verwende den Defi Das geht nicht Junge Sch oder? Sch Ja, Junge, turn on Am Arsch, mach Komm, 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 komm Das Ding an Komm, 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 komm Komm, komm, komm Komm, komm, komm Ok, nehm auf jeden Fall die Sniper und die Knarre mit und die Munition Ja Junge, ich versuch's, wenn ich dich mal looten könnte, so jetzt Ey, du hast ja im 16 Munition gehabt Ja So, warte, die Axt können wir uns in der Feuerwehrwache wiederholen Ok, ich mach dann auf Neustart Beeil dich Scheiße man, tötest du mich, alter Ja, scheiße In 30 Sekunden spawne ich Fuck, und jetzt müssen wir uns erstmal wieder Äh, ich kann die Knarre nicht aufgeben, verdammt ne Scheiße Nein Egal, Hauptsache das Gewehr Äh, ja Junge Wir müssen uns jetzt scheiße, wir müssen uns jetzt wiederfinden, du musst zurücklaufen Das Gewehr kann ich halt auch nicht nehmen Junge, das Gewehr muss, dann schmeißt irgendwas an Essen und so weiter weg, das findet man wieder aber das Gewehr muss, die Sniper Hey Junge, da verliere ich aber meine Sniper Junge, und ich spawn hier irgendwo am Wasser So, warte, ich nehm dir mal So, die Muni Na, warte, hier ist eine Stadt Die sieht aus Ich glaub, das hier ist Elektro Äh, äh, was nehm ich noch mit Kann sein, dass das, wo ich gerade bin, Elektro ist Warte, hier ist ein Hospital Ich guck mal kurz nach, wenn da jetzt ein Sniper drin ist, dann brauchen wir nur die Munition Also pack die Munition schon mal ein Ja, die Muni hab ich Und diese Snaploader 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 Ich nehm aber nicht die Knarre mit, na Ne, ne, dann lass sie da Verdammte Scheiße Fuck Da bringt der mich eiskalt um, Junge Das war ja nicht auf Absicht So, ich bin jetzt hier im Hospital So, ich hab meine Knarrell, der hat gut Gut, dann komme ich mal zu essen Ja, warte Der Snaploader Den Diefel schmeiß ich weg, Alter, den brauch ich nicht Ja, ich glaub, hier ist irgendwo ein anderer Spieler in der Nähe Hier liegt nämlich ne Black Jeans, so ne Einsteiger Jeans Ja, ja, mach du mal Aber diese Stadt hier hab ich noch nie gesehen Scheiße, hier liegt auch keine Waffe Äh, warte, ich ess mal eben was, damit ich So, die Folge ist aber auch zu Ende Und ne Green Jeep Wie es weitergeht Und ob wir Philipp wiederfinden, sehen wir in der nächsten Folge Bis dahin, tschu